Dana? Dana, bist du zu Hause? Ja, Dana, du bist zu Hause. Ich komme mal gleich zu dir, aber erstmal möchte ich den Leuten Hallo sagen. Erstmal einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Zukunft. Ja, ihr seht schon, Leute, ich trage heute eine Sonnenbrille, weil es nämlich draußen einfach so mega warm ist und meine normale Brille irgendwie verschwunden ist, deswegen musste ich halt meine Sonnenbrille tragen, aber keine Sorge, Leute, ich kann euch trotzdem sehen. Ja, ich sehe euch trotzdem. Ja, jedenfalls, ich hoffe mal, ihr habt einen wunderschönen Tag bis jetzt und ich hoffe mal, euch da draußen geht super gut und ich hoffe mal, ihr könnt auch schön das Wetter genießen. Ich war gerade auf dem Weg zur guten alten Dana Reno Valadino, weil ich nämlich ein bisschen mit der brabbeln wollte, liebe Leute. So, dann gehen wir jetzt erstmal zur guten alten Dana und reden erstmal mit der Sonne. Leute, also ich muss sagen, heute sind auf jeden Fall hier schon einige, hier stehen heute schon einige Sachen an, muss ich dafür mal nochmal kurz sagen, weil ich habe heute ein paar Dinge hier mit euch zusammen vor. Unter anderem wollte ich was Cooles, Cooles hier errichten, meine Damen und Herren, aber erstmal mit der Dana reden. Hallo Dana, wie geht's dir? Ähm, hast du schon die neue Taucherschule gesehen? Die ist mega cool und der Surfer sieht verdammt gut aus. Wuhu! Äh, ja, Dana, ich werde mal später vielleicht, eventuell, könnten wir mal eigentlich später vorbeischauen, aber ich glaube, wir sind auch ziemlich gut gekleidet dafür, also mit meiner wundervollen Sonnenbrille oder sowas denke ich mal schon, dass das hier das perfekte Strandwetter ist, liebe Leute. Deswegen können wir, glaube ich, da auch mal später vorbeischauen. Keine Ahnung, wo das ist, aber ich würde mal sagen, wir gucken uns dann einfach mal später an, wo das Ganze ist. Bleibt auf jeden Fall nochmal bis zum Ende der Folge dran, liebe Leute. So, aber was ich heute hier mit euch machen wollte, ich weiß, meine Stimme ist ein bisschen komisch jetzt, erstmal hier über den Rand vom Zaun laufen hier. Natürlich, wir laufen nicht normal wie jeder normale Mensch, sondern wir laufen hier komplett am Rand, Leute, weil das machen nämlich die Coolen, die Sonnenbrille tragen. So, ähm, genau, dementsprechend, Leute, wollte ich heute etwas ganz, ganz Cooles machen. Es haben ja vermehrt sehr, sehr viele Leute, wenn ihr in die Kommentare ganz, ganz viele Sachen geschrieben, und zwar, erstmal kommen wir zu dem wichtigsten Teil, nämlich dieser Ballon, ja. Es gibt jetzt einige Leute, die fragen sich, hä, Lars, bist du dumm, was willst du eigentlich mit dem Ballon, der ist doch immer schon die ganze Zeit da oder sowas, aber nein, Leute, dieser Ballon ist ein ganz, ganz besonderer Ballon, weil, es meinten nämlich einige Leute, immer wenn was Neues in Minecraft Zukunft passiert, ja, ist dieser Ballon einfach da. Und Leute, es ist eine ganz coole Theorie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich jetzt so zu 100% stimmt, Leute, aber keine Ahnung, es kann natürlich sein, dass es hier stimmt. Und, äh, vielleicht sind es auch einfach Aliens oder sowas, die hier ständig den Ballon oder sowas herbringen, aber ich will jetzt nicht abschweifen, kann natürlich sein, Leute, also schreibt mal weitere Theorien einfach mal rein, wir ploppen den einfach so mal wieder weg, so. Gut. Soviel dazu, liebe Leute, ich hab jetzt hier so ein paar Letters noch drinne, hier ein paar Blue Corpets drinne, weil mir nämlich einige Leute geschrieben haben so, Yo, Lars, mach doch mal oben bei deinem Baby-Lars oder so, oder beim kleinen Lars oder so, hallo erstmal, ihr süßen Tierchen, mach doch hier beim Baby-Lars oder so einfach hier in diesen wundervollen Raum, zack, erstmal auf die Tür, ähm, mach doch hier einfach mal so irgendwie Teppichboden rein oder sowas, damit er hier ein bisschen, äh, auf den Boden spielen kann, damit er, damit seine Füßchen nicht kalt werden und sowas in der Art hat, so. Da habt ihr auch auf jeden Fall mal eine sehr, sehr coole Idee gehabt, und das werde ich, glaube ich, jetzt auch mal tun. So, und ich wollte heute mit euch über was ganz, ganz Cooles sprechen, meine Damen und Herren, und zwar war nämlich das Thema, oder das Thema steht im Raum, Yo, Lars, wie sieht's denn eigentlich aus mit deinem Instagram-Account? Du bist da doch so irgendwie so mega inaktiv und du machst da irgendwie nicht so viel. Du hast jetzt hier vor kurzem ein bisschen gestreamt, ne, aber irgendwie passiert da nicht so viel, Leute. Ihr müsst wissen, ich hab halt YouTube, ne, und YouTube ist schon so viel Arbeit, dass ich halt irgendwie so diese ganzen anderen Social Medias, wie zum Beispiel Facebook, was ich ganz und gar nicht benutze, Leute, also keine Ahnung. Ich hab Facebook, aber ich benutze Facebook eigentlich so gut wie gar nicht. Twitter hab ich übrigens, da bin ich auch einigermaßen recht aktiv drauf, aber auf Instagram und sowas und auf Facebook, ich weiß nicht. Instagram ist was richtig Cooles, Leute. Also übrigens, ich heiße da Lars oder so, da gibt's auch viele Leute, die mich faken. Schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich packe euch das, glaube ich, als ersten Link in die Beschreibung jetzt einfach mal, damit ihr da nochmal ein bisschen genauer gucken könnt und sowas. Also, ich heiße halt Lars oder so, erste Link in der Beschreibung. Könnt ihr mal gerne für Leute, die Instagram haben, folgen. Und für die Leute, die jetzt kein Instagram haben, ist auch nicht so schlimm, Leute. Dafür haben wir ja hier alle uns bei YouTube zusammen, ne, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, es ist jetzt nicht schlimm, weil es gibt viele Leute, die auch, sag ich mal, kein Instagram haben. Leute, müsste ich euch das jetzt nicht unbedingt machen. Aber für die Leute, die Instagram haben, können wir auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Da könnt ihr auch mal bei meinem Instagram vorbeischauen. Auch wenn ich jetzt, sag ich mal, in der nächsten Zeit oder in der letzten Zeit nicht so aktiv werde. Aber Leute, wenn ich sehe, dass viele Bilder geliked werden und sowas, dann werde ich natürlich auch wieder ein bisschen aktiver dort werden. Oder ich hoffe mal, dass ich ein bisschen aktiver dort werden werde. Ich mag Bananen und Affen. Was rede ich denn da überhaupt für ein Käse gerade? Gut, so viel dazu. Also, das wollte ich nur mal kurz erzählen. Vielleicht fange ich da, glaube ich, mal wieder an, so in der nächsten Zeit ein bisschen mehr zu posten. Und warum schwebt hier der Drucker? Stimmt, den haben wir in der letzten Folge. War das die letzte Folge? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Ich glaube schon, hier ist es ganz schön dunkel, ne? Also, mit der Sonnenbrille und sowas. Ich sehe schon fast gar nichts mehr, Leute. Genau, so. Wir wollten jetzt auch noch ein paar andere Dinge machen, liebe Leute. Denn es ist die beste Zeit am ganzen Tag, wer jeder es mag. Und ich mag Affen und Bananen. Yeah. Hier, schmeiß euch die mal Pauline. Guck dir das mal an. Zack, dich werf die jetzt mir einfach so. Wo bringst du die überhaupt hin? Kann ich nicht rechtsklicken oder sowas? Nein, ich kann dich nicht rechtsklicken. Kann ich irgendwie irgendwas in der Art machen? Nein, es geht irgendwie nicht. Aber wenn ich hier zum Beispiel... Guckt mal, Leute. Das wissen vielleicht einige Leute noch nicht. Aber wenn ich jetzt hier was hinschmeiße, so... Hä? Wenn ich jetzt hier was hinschmeiße... Ah, da kommt sie schon angelaufen. Und dann kehrt die gute alte Pauline kehrt dann einfach hier den ganzen Schmutz weg. Und ihr seid auch hier, Sammy, Palmy und Demi. Für die könnten wir eigentlich theoretischerweise was Cooles bauen. So, in der nächsten Zeit einfach so ein Katzenhaus oder sowas. Könnten wir vielleicht mal für die bauen, Leute. Aber ich weiß es nicht genau. Können wir mal gucken, Leute. Schauen wir doch einfach mal, was ich hier bauen lasse. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem sehr, sehr wichtigen Teil. Nämlich, Leute, ist mir wieder aufgefallen in den Kommentaren mit... Ja, hola's. Ich werde gar nicht benachrichtigt, wenn du irgendwie welche Videos hochlädst, etc. PP, Leute. Ich hab in der letzten Zeit wieder öfters die Kommentare bekommen mit... Ey, Lars, warum ist das eigentlich so, dass wenn du ein Video hochlädst oder sowas, dass das einfach mir nicht angezeigt wird oder sonstiges, Leute. Also, ich möchte jetzt mal kurz erwähnen. Für die Leute, die kein Abonnent von diesem Kanal sind, könnt ihr gerne mal abonnieren. Das ist komplett kostenlos. Also nur mal so nebenbei erwähnt, ne. Und das Wichtigste ist wirklich, YouTube spinnt irgendwie mega rum. Irgendwie werden manche Videos gar nicht angezeigt oder sonstiges. Wenn ihr am Handy seid, dann wird das meistens angezeigt, wenn ihr die Glocke aktiviert, ne. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig jetzt mittlerweile geworden. Also, die Glocke ist... Wenn ihr wirklich einen YouTuber gerne schaut, wie zum Beispiel Minecraft Zukunft oder Minecraft Dragon oder irgendwas anderes, was ich halt mache. So zum Beispiel Real-Life-Kram oder sowas. Leute, dann könnt ihr sehr, sehr gerne mal die Glocke aktivieren, weil das ist wirklich, wirklich wichtig. Sonst werdet ihr einfach nicht benachrichtigt. Also, dann spinnt einfach das, äh, ja, die Abo-Box, sag ich einfach mal, spinnt dann einfach rum und zeigt dann irgendwelche dummen Videos, die ihr eigentlich gar nicht sehen wollt, sondern irgendwas komplett randommäßiges. Ich weiß auch nicht, was sich YouTube dabei irgendwie damals gedacht hat. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, nur wenn ihr die Glocke aktiviert habt, hier von dem Kanal und sowas, ist das auch übrigens alles komplett kostenlos. Also, da gibt's einige Leute, die denken, wenn da steht, dann abonnieren oder sowas. Ähm, das ist komplett kostenlos oder sowas. Und wenn ihr noch nicht alt genug seid oder so, dann fragt halt eure Eltern, ob ihr euch einen Account erstellen könnt oder keine Ahnung. Vielleicht haben eure Eltern ja auch einen Account, kann natürlich auch sein. Ähm, genau, dementsprechend, ähm, das wollte ich halt nur mal kurz erzählen, Leute, weil das ist echt mir wieder vermehrt in den Kommentaren aufgefallen, weil das ist irgendwie so dumm. YouTube ist irgendwie so richtig komisch geworden in den letzten Jahren und keine Ahnung. Also, ich will mich jetzt auch nicht großartig darüber aufregen und warum lag mein Spiel gerade, ich weiß es nicht. Ihr braucht mich andere, ihr müsst mich andere Dinge fragen, Leute. Übrigens, gerne, ihr dürft mir wirklich sehr, sehr gerne mal so in der nächsten Zeit wieder ein paar coole Fragen oder sowas in die Kommentare schreiben, weil ich hab wirklich saulange keine coole Fragerunde mehr gemacht, weil ich seh halt immer nur so paar Kommentare vereinzelt oder sowas, die ich dann anspreche. Aber Leute, ihr könnt mal gerne wieder irgendwie coole Fragen oder sowas in die Kommentare schreiben, da hätt ich irgendwie mega Bock drauf. Einfach mal unten klicken und in die Kommentare irgendwas cooles kommentieren oder sowas. Aber wirklich, Leute, irgendwas, was Sinn ergibt, nicht irgendwie, äh, also Sinn, ne. Ich meine jetzt Sinn ergibt, weil es gibt manche Kommentare, die sind irgendwie voll oft das Gleiche, so. Hey Lars, wie alt bist du eigentlich? Ja, Leute, ich bin 21. Hey Lars, wo wohnst du eigentlich? Nein, Leute, ich sag euch nicht, wo ich wohne. Also so Fragen, die werden mir ungefähr am Tag 10 Milliarden, 1001 Millionen, die Zahl gibt's gar nicht gestellt, ähm. Und, ja, Leute, denkt euch irgendwelche kreativen Fragen aus und schreibt die mir dann einfach mal unten rein, liebe Leute. Aber nicht dieses, hey Lars, wie alt bist du? Hey Lars, wie geht's dir? Hey Lars, magst du Affen? Hey Lars, bist du dumm? Hey Lars, wo wohnst du? Hey Lars? Also, seid mal ein bisschen kreativ und schreibt mir einfach mal coole Sachen in die Kommentare. So, für die Leute, die sich gerade fragen, was ich hier mache, Leute, ich mach was richtig, richtig Wichtiges. Und zwar meinten einige Leute wieder zu mir, oh, mach doch mal hier so einen coolen Spielplatz für deinen Baby Lars oder so und hol den auch irgendwie in der nächsten Zeit wieder von der Schule ab, weil, Leute, irgendwie ist es so, dass ich Baby Lars oder so einfach in der Schule gelassen habe, aber den einfach seit Ewigkeiten nicht mehr abgeholt habe. Ich hab keine Ahnung, was er eigentlich macht, was er, was, ob er jetzt irgendwie noch regelmäßig in die Schule geht, Leute, weil es ist ja immer so, 14 Uhr ist der gute alte Baby Lars oder so noch in der Schule. Vielleicht hat er in der nächsten Zeit mal wieder Ferien, dann, glaube ich, sehe ich ihn auch ein bisschen öfters, weil er muss ja jeden Morgen aufstehen und in die Schule gehen, Leute, so wie jeder andere normale Schüler natürlich auch, ne, das kennt ihr auch und dann seid ihr halt nur in den Ferientagen oder am Wochenende seid ihr dann halt zu Hause. Apropos, was, weil ich jetzt gerade hier bei dem ganzen Wochenende, Tagen und sowas bin, Leute, wollte ich nämlich eigentlich was erzählen, weil mich echt wieder ein paar Leute gefragt haben, wann eigentlich Minecraft Zukunft jedes Mal kommt, Leute. Also, Minecraft Zukunft, Lars, lernt Deutsch. Was ist los mit dir? Ich kaufe dir einen Duden zu Ostern, Weihnachten und, äh, äh, ja, was gibt's noch für Feiertage? Egal. Ähm, ups, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, aber der ist wunderschön, Leute. Wenn ich dann denke, dann werde ich den Screenshot auf, äh, Twitter posten und dann könnt ihr den halt einfach mal sehen. Egal. Jedenfalls, ähm, meinten dann halt einige Leute zu mir so, hey, kannst du uns mal bitte nochmal irgendwie einen Uploadplan oder sowas genauer sagen, Leute? Wenn ich es nicht vergesse, versuche ich jetzt mal einen Uploadplan einzug... Ne, das machen wir nicht. Nein, ich füge keinen Uploadplan ein, weil das ist dann, das vergesse ich 100% wieder, Leute. Ich erzähle es euch einfach. Also, es kommt jeden Dienstag und jeden Freitag kommt Minecraft Zukunft und den Rest von den Tagen kommen halt andere Projekte, wie zum Beispiel Minecraft Dragon oder, äh, irgendwelche anderen Random Sachen, wie zum Beispiel, jetzt habe ich hier vor kurzem so ein Dingsbums gemacht, so ein Video, wo ich halt so ein Armee-Soldatenanzug und sowas hatte und bin dann halt so durch den Wald gepflegt und sowas, wo übrigens in der nächsten Zeit auch nochmal was Lustiges kommen wird oder mehrere coole Videos, also mehrere coole Real-Life-Videos. Also, Leute, wer kein Abonnent ist, kann natürlich gerne mal abonnieren und die Glocke aktivieren. Habt ihr das verstanden? Die Glocke aktivieren, das ist so wichtig für einen YouTuber. Das ist das Einzige, um irgendwie zu zeigen, so, äh, um ein bisschen so Feedback zu geben, beziehungsweise natürlich auch die Kommentare und Daumen nach oben, aber ich meine jetzt so, äh, genau, ihr wisst schon, was ich meine. Und das hat jetzt nichts mit irgendwie Abo-Geilheit zu tun oder irgend so ein Kram, was da irgendwie sich einige Leute zusammenreimen, Leute. Nein, es ist einfach so, dass ich will, dass die Videos gesehen werden, das ist es einfach. Egal, so. So, gut, ich wollte jetzt hier einen coolen Spielplatz hin, äh, äh, zaubern, Leute, weil hier nämlich echt wieder mal ein bisschen, ja, ein bisschen Krimskrams auf jeden Fall mal ein bisschen nochmal dazukommen kann und ich möchte halt, dass die Stadt wunderschön ist, ja, die Stadt soll wunderschön verzaubert sein und ich dachte auch eigentlich, dass ich den Spielplatz da drüben hinbaue, Leute, aber das Ganze ist halt irgendwie nicht so cool, weil das, wenn ich da irgendwas hinbaue und dann wird das bestimmt irgendwann mal später abgerissen oder sowas in der Art, aber, ähm, das können wir dann mal schauen. Gut, in der letzten Folge haben wir ja diesen coolen, äh, Dingsbums da, diesen coolen Bahnhof da entdeckt, Leute, der ist auch mega nice gewesen, auf jeden Fall. Können wir später nochmal vorbeischauen oder sowas, wenn wir dann auch mal surfen gehen, obwohl ich gar nicht weiß, wo dieses Surfer-Dingsbums ist, Leute, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Gut, ich muss mich jetzt mal ein bisschen ranhalten oder vielleicht, ja, doch, das machen wir jetzt noch hier komplett fertig, Leute, weil ich hab noch ein paar Dinge, mit denen ich heute mit euch besprechen wollte, ich mag Bananen und Affen und alles gleichzeitig. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal irgendwie so eine Art Rutsche hinmachen, so, also eine Rutsche sieht irgendwie so aus, glaube ich, Moment, Moment, ich, Leute, ihr dürft mich nicht verprügeln, wenn ich jetzt keine schöne Rutsche hinbaue oder sowas, äh, äh, so vielleicht, yeah, ist das nicht eine coole Rutsche, Leute? Keine Ahnung, was das sein soll, das sieht eher aus wie so eine Art Treppe oder so, ich weiß nicht was, Leute, ihr könnt mal irgendwie coole Ideen oder sowas in die Kommentare schreiben, wie ich am besten so Rutschen machen kann, also das hier so irgendwie, vielleicht können wir sogar tatsächlich das hier irgendwie mit Wasser machen oder sowas, das ist, glaube ich, gar nicht mal so, gar nicht mal so dumm, wenn ich das hier mal wegmache, das hier auch mal wegmache, ne, dann machen wir hier, tak, 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 dann machen wir hier das hier so, äh, zack, 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 genau, dann können wir hier vielleicht das auch nochmal so machen, dann machen wir unten mal das hier weg, Leute, gar nicht mal so dumm, gar nicht mal so dumm, gar nicht mal so dumm, dann machen wir so und dann könnten wir eigentlich theoretischerweise hier halt so eine Art Rutsche hinmachen oder sowas, Können wir mal schauen, ja Dann können wir hier so hoch, genau, zack, boom, bam Hier so hochgeklettert und dann können wir hier so runterrutschen Yeah, okay, ist gar nicht mal so dumm Ähm, was gibt's noch auf dem Spielplatz? Irgendwie genau, so eine komische, äh, Dingens Kann ich damit irgendwie, ne, das kann ich nicht So ein komisches Spielzeugding, das hab ich auch bei Dragon jetzt mal gebaut Moment, wir können eigentlich theoretischerweise Grad mal ein Halfs, äh, ein Dingsy machen Und dann können wir damit Halfsless machen So erstmal eine Crafting-Bändchen hingestellt Leute, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, was man so auf dem Spielplatz noch hat Oder sowas, wie eine Art Klettergerüst oder sowas Klettergerüst, äh, Klettergerüst stimmt eigentlich So, Klettergerüst sieht so aus Also ich weiß, das ist jetzt nicht der absolut schönste Spielplatz, aber es ist ja nur für meinen Für meinen kleinen Sohnemann hier Für meinen kleinen Babylars oder so, Sohnemann So, schauen wir mal, zack, zack, zack Und zack Ich bin jetzt, glaube ich, recht weit schon Hier mit dem Spielplatz gekommen und ich kann ihn euch mal zeigen Leute, also ich bin wirklich, ja, sehr Positiv überrascht, dass der Spielplatz dann doch So cool geworden ist und zwar kann ich euch Das mal kurz zeigen, hier soll eine Schaukel sein Aber ich hab halt keine richtige Schaukel, deswegen hab ich hier einfach so Fancys genommen und hab dann hier so ein bisschen Dingsbums dazwischen gemacht, hier diese Half-Slaps Dann hab ich hier ein Klettergerüst, wo man halt nicht hochklettern kann Aber dafür hab ich hier Ein richtig cooles Ding ins Gebaut, da kann man halt Hier hochklettern, das ist auch so eine Art Klettergerüst und sowas Eine Art, ne? Dann hab ich hier drüben auch nochmal So eine Art Klettergerüst und jetzt das Coolste, was ich Finde, ist nämlich erstmal hier der Sand, ne? Und jetzt haltet euch fest, Leute Man kann hier nämlich reingehen, kann hier so Hochgehen, Moment, das kann ich euch mal kurz zeigen Und dann ist es hier wie so eine Art Burg Vielleicht kennen das einige Leute von euch, es gibt ja auf den Spielplätzen Immer so eine Art Burgen, wo man von einem Ende zum Anderen laufen kann und sowas in der Art Und das ist halt mega, mega cool, würde ich mal sagen Da haben wir hier das Ganze auf jeden Fall Habe ich mich ein bisschen selbst übertroffen, muss ich sagen Hier kann man halt auch nochmal hochklettern und so weiter und so fort Das Ding hier soll irgendwie so eine Art Schaukel-Dingens sein Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber da gibt's auch immer Auf dem Spielplatz so, da ist so irgendwie so eine Spirale Also so eine Feder drunter Und da kann man damit so irgendwie so komisch schaukeln oder sowas in der Art Naja, dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Rutsche Die haben wir eben schon gesehen und so weiter und so fort Würde ich sagen, hier kann man auch runterrutschen und sowas Ist mega cool auf jeden Fall Gut, dementsprechend haben wir jetzt eigentlich alles gemacht, was ich hier machen wollte Ich muss sagen, Leute, schreibt mir einfach die Kommentare Wie ihr das Dingens hier findet, ich find's auf jeden Fall echt cool Hier mit dem Sand und sowas, gefällt mir gut Und das Ganze sieht doch optisch hier zu dem Haus Auf jeden Fall nochmal richtig, richtig nice aus Moment, das kann ich mal kurz zeigen Das Ganze hier sieht echt, ja, sieht cool aus Also jetzt hat der gute alte Baby Lars oder so Auch nochmal einen coolen Spielplatz hier Und wir können ihm halt auch immer zugucken, wenn er da irgendwie am Spielen ist und so Und können dann halt mal danach schauen Immer wenn irgendwas passieren sollte, sind wir direkt zur Stelle So, ich wollte jetzt nochmal kurz hinten den Bahnhof hier zeigen, Leute Weil der ist mega, mega nice Ich hab auch irgendwie mal geschaut, wie man am besten hier mit dem Dingsbums fahren kann Hier mit den Zügen und sowas Aber das werde ich, glaube ich, erstmal in der nächsten Zeit machen Wir können uns mal, glaube ich, kurz in den Zug reinsetzen Und können mal ein bisschen schauen Und danach gehen wir einfach... Ach Ach, guck mal, ich glaube sogar da hinten Das ist nämlich ganz neu Da hinten ist nämlich ein neuer Strand Seht ihr den, Leute? Der Strand war vorher nämlich noch nicht, oder? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher Aber wir können mal hier kurz schauen Kann ich mich hier reinsetzen? So, setz dich mal Ich bin jetzt, glaube ich, drinnen, oder? Also ich kann hier drauf stehen Aber ich weiß halt nicht, wie man das Ding jetzt hier fährt, Leute Also, keine Ahnung Schauen wir einfach... Ah! Oh, ich hab gerade einfach Schaden bekommen Warum kriege ich denn Schaden, wenn ich mich... Oh, mein Gott, Leute Das ist ein Zug des Todes Das ist der Todeszug Äh, egal, egal, egal Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier von den Gleisen weg und sowas Da drin ist nämlich noch Dofi Leute, das fand ich so mega cool Die Resonanz, wie ihr Dofi findet, Leute Es gibt so viele Leute, die sagen Hey, Dofi ist voll cool Ich muss auch sagen Dofi ist richtig, richtig lustig Also dem, seine Augen sind irgendwie so in seinem Gesicht Also unten so an den Backen irgendwie Sieht voll bescheuert aus Aber anscheinend ist Dofi halt ein ganz schön netter Kerl, muss ich sagen Also glaub schon, dass man mit dem auf jeden Fall echt noch eine ganz schöne Menge erleben kann Und da drüben steht auch schon direkt einer Ähm, warum hat der Typ nix an? Das finde ich ein bisschen dubios einfach mal Und was ist hier? Hier ist ein Surfer Dann ist da irgendwie ein anderer Typ Äh, keine Ahnung, was der da macht Egal, wir gucken uns jetzt erst nochmal hier ein bisschen um Was ist denn das? Was ist das? Oh, okay, verstehe Hier die Tür zugemacht und dann kann man hier drinnen Äh, wieso klappt das nicht? Egal, das klappt irgendwie nicht Ich, ich bagge! Helfer, ich komm hier nicht mehr raus Okay, dann müssen wir kurz an diese Toilette hier einfach mal kaputt machen, Leute Also wir wissen, wer hier mal auf Klo geht Der kommt dann nie mehr raus Und muss den ganzen Gestank einfach die ganze Zeit ertragen Hier bei der Hitze und sowas Das ist, glaub ich, nicht so cool Dann haben wir hier ein Dinosaurier Was geht ab, Dinosaurier? Bist du kahl? Du bist nicht kahl! Wo ist kahl? Dann lass mal gucken, was es hier noch so für coolen Kram gibt Hier haben wir so ein paar Badetücher Hier sind so komische, äh, ich weiß nicht, wie das heißt Sonnenschirm, genau, Sonnenschirme Da haben wir hier was für Wo führt der Weg hier noch hin? Ach, das sind hier sogar die Duschen, Leute Mega nice Da kann man sich hier so nach dem Schwimmen abduschen und sowas Dann führt hier der ganze Hier ist das Abwasser, denke ich mal Von der Dusche oder sowas in der Art Das ist auf jeden Fall mega cool Die Dusche können wir jetzt nicht laufen lassen, Leute Weil das kostet nämlich zu viel Geld Wir sind auch wirklich hier mega gut gekleidet heute Weil die Sonne scheint nämlich mir mega auf den Kopf, Leute Es ist so warm Äh, wir brauchen was zu trinken Äh, wir brauchen was zu trinken Hey Surfer, bist du zufällig dazu da Dass ich bei dir was zu trinken kaufen kann oder sowas Tut mir leid, dass ich über eure Handtücher laufe Hallo Surfer, was geht? Hey, hast du Bock, was zu kaufen? Hier bekommst du ne Cola für nur 1 Euro Äh, ich hab jetzt aber leider kein Geld da Kann ich mir vielleicht einfach sowas nehmen? Warum hast du nix da? Ich verdurste gleich Oh, Surfer, du bist so braun gebrannt und so Hast blaue Haare irgendwie Wieso hat er blaue Haare? Ich hab keine Ahnung Äh, vielleicht liegt es da dran, dass er zu viele Sonnen ausgesetzt war oder sowas Ich weiß es nicht, Leute Ähm, was ist hier mit dem Typi? Hallo, was geht ab, yo? Alter, die haben so Muskeln, ey Und ich hab keine Ahnung Leute, ich bin einfach nur ein Skelett Und die ganzen, die haben auch einfach Muskeln Aber ich hab dafür ne coole Sonnenbrille am Start Ähm, yo, was geht? Äh, Aloha Was geht? Äh, hast du Bock auf nen coolen Tauchgang? Äh, ja, warum eigentlich nicht? Wir haben eigentlich Zeit, Leute Nice, dann kannst du dir im Haus die Tauchausrüstung holen Ich habe nen kleinen Tauchparcours für dich hier Äh, äh, für Besucher aufgebaut Okay, nicht nur für mich Also für die ganzen Besucher Anscheinend läuft der Laden hier richtig gut Wenn du den schaffst, bekommst du ein kleines Geschenk von mir Viel Spaß, Bro Ähm, nice, Dankeschön dafür Also ich würde mal auf jeden Fall mal schauen Also das hier war auch offen irgendwie Musste ich irgendwie jemandem Bescheid sagen Hallo, hallo, hallo Was ist hier so drinnen? Oh, anscheinend ist es doch nicht so gut besucht, oder? Weil hier ist alles voller Copwebs, Leute Also ich glaube, dass wirklich doch nicht so oft hier jemand hier reinkommt Was ist hier oben? Was ist hier? Äh, auch Copwebs Also ich denke mal, dass diese ganzen Sachen hier sehr, sehr selten benutzt worden sind Oder sowas in der Art Wir nehmen jetzt einfach mal hier so eine Tauchausrüstung raus, Leute Was war das da? Was ist das? Prybar Irgendwie ein Stock Warte mal, was bringt das? Was bringt das? Cleared, cleared Was bringt das? Ich habe keine Ahnung, was das bringt Können wir auf jeden Fall mal mitnehmen So, dann haben wir jetzt hier alles mal am Start Ähm, dann lassen wir mal gucken Ob wir eigentlich irgendwie so den Tauchgang machen können Moment, das machen wir jetzt einfach mal Indem wir, glaube ich, hier lang Ach, guck mal Hier ist irgendwie so ein Pier Oder so eine Art Bootsteg Oder sowas in der Art Oder keine Ahnung, was das hier sein soll Guck mal, was ist denn das da drüben? Das sieht fett aus Das sieht ganz cool aus Ist das der Taucherparcours? Ich glaube nicht, Leute, oder? Der ist ein bisschen weiter weg Der Taucherparcours ist es, glaube ich, nicht Naja, wie dem auch sei Wir können auf jeden Fall jetzt erstmal hier unsere Taucherrüstung anziehen Moment Ich muss jetzt mal kurz die Sonnenbrille ausziehen Dann ziehen wir mal das hier an Na, puh, ne, ich weiß noch nicht Ah Okay, die habe ich jetzt verschossen Ähm, gut Da ist okay Warte mal, wir können doch eigentlich mal Wir können doch eigentlich echt mal uns eine Harpune schnappen Und dann unter Wasser irgendwie Haie oder sowas jagen Oder keine Ahnung Wenn es Haie gibt Wenn es Haie geben sollte Dann lassen wir hier noch ein paar mehr Harpun-Ding ins Kirchen mitnehmen, Leute Ähm Können wir mal gucken, dass wir das unter Wasser machen So, okay Jetzt haben wir uns hier, ähm, noch einen Subatank Scuba-Tank, meine ich natürlich Das heißt, dass wir wohl unter Wasser ein bisschen besser atmen können Flowing, no, Oxygen, 24.000 Press shift for details Okay Dann können wir jetzt eigentlich theoretischerweise hier einfach mal abtauchen Indem wir, zack Hier runter gehen Verschwindet Kriegen Wir haben, haben wir unendlich Luft Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich unendlich Luft, Leute Ganz geil Und ich glaube, das hier ist sogar der Parcours, den wir hier erledigen sollen Dann machen wir den jetzt auch gleich mal direkt Ähm, was ist das überhaupt für ein Ding hier? Was bist du? Was, was zur Hölle bist du? Bist du eine Schnecke? Ich dachte immer, das sind irgendwie Schildkröten oder sowas Aber das sind Schnecken Alter Kann ich dich damit Piu und Piu Okay, anscheinend macht das Ding nicht so viel Schaden Ich dachte eigentlich, dass wir damit viel, viel mehr Schaden machen Aber okay Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal hier den Parcours, wie er gesagt hat, Leute Damit wir hier halt unsere Punkte absahnen können Äh, es ist so schwierig, diesen Parcours hier zu machen Müssen wir hier runter Hier runter dann Hier so durchfallen So, zack, boom, bam Aber was bringt das Ding hier? Cleared, cleared, cleared Ich hab keine Ahnung, was das bringen soll Ähm, tauchen wir einfach mal ein bisschen weiter Oh, jetzt wird es hier ein bisschen schwieriger Hier ist einfach so ein Loch Moment, da müssen wir, glaube ich, einfach mal so drüber Äh, okay, okay Da sind wir jetzt hier ganz easy drüber gegangen Also hier sind ganz schön viele, viele Lebewesen Da sind ein paar Fische Da sind ein paar Dingsbums Squidley Doodles Dann haben wir da noch irgendwie komische Schildkröten Schneckenwesen Oder sowas in der Art Aber es ist mega cool Wir haben auch einfach Night Vision hier, Leute Wir haben hier einfach alles komplett mit Night Vision Speed und so weiter und so fort Und Water Breathing Was bist denn du? Du siehst ja mal komplett Aber du machst mir keinen Schaden Du bist nicht böse oder sowas Okay Du siehst aber ganz anders aus als die anderen Irgendwie sind blau und du bist egal Dann tauchen wir jetzt einfach mal hier so durch Oh, das sieht, das sieht hart aus Oh, yeah Oh, 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 oh Da müssen wir aber jetzt schon ganz schön weit nach oben tauchen, Leute Aber wir kriegen hier jetzt irgendwie Speed Wenn wir jetzt so Umso länger wir, glaube ich, nach oben tauchen Umso mehr kriegen wir irgendwie Speed oder sowas Da drüben müssen wir hin Da müssen wir hin Da ist nämlich der Taucher, Leute Und wir haben es gleich geschafft Also ich muss doch sagen Wir haben den Parcours heute echt gut gemeistert Oder, Leute? Aber wir können jetzt gerade auch mal hier unseren Krimskrams wieder ausziehen Moment, so, zack Dass wir wieder fresh mit der Sonnenbrille unterwegs sind, Leute Weil die Sonne ist sowas von heiß heute Gut, wir können jetzt eigentlich mal hier zu dem Surfer gehen Keine Ahnung, wie der heißt Er hat uns jetzt auch noch gar nicht verraten, wie dem sein Name ist Der Surferboy hier Der die ganze Zeit ohne Oberkörper Dingens Oh, ohne Oberkörper Genau, Lars Da steht jemand ohne Oberkörper Ich meine Oberkörper frei, natürlich Oh, tut mir leid So, hallo Surfer Ich hab dein Dingsbums hier geschafft So, wie ich gesehen habe Hast du den Parcours geschafft Als Geschenk bekommst du von mir eine Tauchausrüstung geschenkt Oh, nice Viel Spaß damit Peace Wie heißt du? Ich bin Surfer Kev Mir gehört der Laden hier Okay, das ist ganz interessant zu wissen Lieber Surfer Kev Da steht ja auch schließlich der Name Das hab ich irgendwie eben nicht gesehen Ich dumm batz Aber okay Der gute alte Surfer Kev Vielleicht kommen wir sogar irgendwann auch mal auf dich zurück Weil hier hinten war irgendwie Irgendwas Was wir vielleicht in der nächsten Zeit Nochmal ein bisschen cooler begutachten können Oder sowas In der Art Aber das werde ich denke ich mal So in den nächsten Folgen machen Leute Schaltet auch auf jeden Fall Wieder in den nächsten Folgen ein Yeah Es wird auf jeden Fall Eine coole Folge Am Freitag hier In Minecraft Zukunft geben Und ich würde mal sagen Wir sehen uns auch beim nächsten Mal Liebe Leute Haut rein Halt die Ohren steif Von der Schrabbity-dabbity Ega-dabbity-boo Schrabbity-bobbity-boo Schrabbity-bobbity-boo Yeah